Hallo, hallo! Hier, das sind unsere Jungs! Wir machen mal einmal los! Und nochmal los! Vielleicht hier noch mal einen riesen Applaus für unsere deutschen Kämpfer hier! Grüß Gott! So, der Gander ist natürlich immer ganz nah an der Renn bei Tomia in der Hand. Und egal was hier heute Abend noch passiert, für mich war es wieder ein Fest hier, bei der Speedball-Party dieses Jahres dabei gewesen zu sein. Aber vielleicht geht es ja eine Runde weiter. Wenn nicht, dann sichert euch jetzt hier die letzten Tickets für die Europameisterschaft für die Premiere mit den weltweitsten Fahrern. Es gibt jetzt eine riesen Party davor.